Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Daisy. Ich wohne hier alleine. Ich bin jetzt die ganze Zeit überlegen, was ich wirklich mache. Es ist super schwierig. Ich würde nämlich diese diese Zonen hier gerne mit Auto bereisen, weil die doch schon sehr weit auseinander sind. Ich finde es ein bisschen schade und merkwürdig, dass ich hier dass wir hier kein Auto haben. Ist natürlich sehr schade. Aber gut, so ist es. Da war ich noch nicht drinnen. Was bedeutet, ich überlege gerade nach Hause zu laufen. Das Problem ist, wir sind hier. Wir müssen jetzt theoretisch nach einem Nuttmore hier vorne halt so gesehen so rum. Durch, 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 durch. Gerade, 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 bis es wirklich nicht mehr geht. Dann rechts. Dann in diesem ganzen Feldweg hier lang. Ja, gut. Dann hier hoch. Oh Gott, ich meine mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Weil ich würde jetzt auch ungern Oh, da ist ein Zombie. Ich würde so sehr ungern dahin laufen, wo ich mich, ich sage mal, von Manu hier im Game getrennt habe. Weil da kann halt dann das kleine Problem sein, dass Boah, ich weiß nicht mehr, wo das war. Das ist halt noch das Nächste. Dass A, das Auto voll ist. B, er dann halt irgendwie sich so denkt, ja, was, what the fuck? Ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Ich habe eine Vermutung. Komm, die zeige ich euch mal. Meine Vermutung zeige ich euch mal. Ja, also entweder tatsächlich Nee, das war Nee, nee. Nattbo war das nicht. Nein. Das war irgendwo, glaube ich, hier. Ich glaube, hier in diesen Kliniska? War das da? Ich glaube, das war da. Oder Topolin. Boah. Kann auch. Nee. Da war auf jeden Fall so ein Medical Center. Kein Krankenhaus, schon so ein Kleinhaus-Ding. Ich glaube, dass bei uns da, da habe ich dann angefangen mit den ganzen Wanderwegen und sowas. Auf den Zombie habe ich gar nicht mehr geachtet. Aber der ist Gott sei Dank nicht mehr gekommen. Wie gesagt, also da müsste ich so oder so hoch, also gehe ich jetzt zu unserer kleinen Hauptbase zurück. Hole mir da ein Vehikel. Am besten eigentlich sogar ein LKW. Aber... Boah, das weiß ich nicht. Ich meine, wir können jetzt hier auch, ähm... Ich habe hier auch mein Handy. Oh, drei Prozent Akku. Äh, Fotos. Läuft der gerade? Der läuft gerade. Ja, so einige Koordinaten. Auto, Fass. Äh, keine Ahnung, was habe ich? Nur Koordinaten. LKW. Ich habe eigentlich so einiges gefunden. Glaube ich jetzt richtig? Alter, scrollen geht ja auch gerade überhaupt nicht. Na, boah. Oh, das weiß ich doch jetzt gerade dann. Ja, okay, doch. Ich laufe richtig. Diesmal. Stimmt die Wattzahl da oben eigentlich? 260 ungefähr? Ne, okay, ich verbrauche 360, 100. Warte mal klar. Lüfter, AIO, RAM. RAM soll angeblich wenig verbrauchen, aber die ganzen SSDs. Ich habe leider... Ich müsste mal eigentlich von diesen ganzen kleinen... Ich habe hier, keine Ahnung, eine 480er drin. Ich habe hier eine 240er und da ist sogar noch drin. Gut, damit nehme ich auf. Die bleibt auch definitiv drin. Ich habe hier eine 2TB drin. Gut, da sind Videos, Musik, Bilder. Ich glaube doch, ein paar Spieler auch. Ne, warte mal. Ja, weiß nicht. Auf jeden Fall wollte ich da mal aussortieren. Eigentlich. Und wir mal eine große nochmal kaufen und die kleinen dann halt raus oder sowas. Da sah ich auch schon... Boah, das sah ich aber auch schon seit... sehr lange. Geht kein LKW so jetzt in der... Oh... Oh ja, oh ja. Das würde ja nicht gut heißen. Das würde ja absolut nicht gut heißen, wenn ich jetzt hiermit rumdüse. Das ist sein Auto, seine Farbe, die wir endlich gefunden haben. Aber... Ah! Scheiße. Ist das denn kaputt? Ist das kaputt? Ist das hier... Wasser? Wasser? Ne, Wasser muss andere Seite sein, glaube ich, ne? Ich glaube, Wasser muss da andere Seite stehen. Ich glaube, ja... Ich habe keinen Ton, ja. Ne, hä? War das jetzt... Aber was ist das doch in die Richtung? Der müsste eigentlich dann schon qualmen. Aber ich hoffe so sehr auf keine Bugs hier. Wirklich nicht. Ich fahre auch langsamer. Ich gucke hier auch nach anderen Autos. Ich glaube nicht, dass hier noch welche standen. Oh, sche... Jetzt ist die Motorcontrollleuchte an. Ist das dein Scheißernst? Dann... Oh, fuck. Park ein! Nimm einfach mit! Bitte, Teph! Verdammt, hier war irgendwo... Der Brunnen. Genau, hier steht das Auto. Ich muss gucken. Okay, ich muss Brunnen anmachen. Waterpimp. So. Oder? Da bin ich doch. Ich stehe doch jetzt hier, oder? Oder? Mit 603? 40? 61. 603, 7. 409. Das geht doch gar nicht. Ich bin ja auch bei so einer Dreieckstraße. Das ist einfach so eine... Nee. Ich würde sagen, ich stehe hier. Aber... WTF? Das ist doch keine richtige Straße, aber... Ist die jetzt hier ohne... WTF? Ich bin ja komplett los gerade. Das ist Polizei-Ding. Blitz-Seil... Ach, hier oben, ne? Genau. Oh! Wahrscheinlich. Wat? Was? 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 Krank. Okay, ich laufe auch kurz da runter. Hier ist natürlich alles voller Zombies. Das ist natürlich richtig scheiße, ne? Ah, doch, okay, ja, okay, ab jetzt, ja. Ab hier hätte ich... Ach, scheiße. Schon so langsam das auch erkannt. Das Problem ist, das finde ich hier natürlich... Wir sind mehr Zombies, wie ich wahrscheinlich Munition habe, gefühlt. Und bam. Klappenschnitt 10-0. Oh Gott. Und ich schieße gleich laut, weil mein Schally kaputt ist. Oh, nee. Scheiße. Ist er probiert? Ja, das ist ja cool. Kann er auch wegnehmen. Erster Schuss. Und was passiert? Nö. Alter. 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 Ich warte immer, bis sie hier so ein bisschen stehen. Das gibt's auch nicht. Von wo kommt ihr denn alle? Oh. Okay. Du bist beschädigt, ne? Ah, gut. Okay, jetzt müsst ihr mal euch ein kurzes Moment schenken. Ah, nee. Zu lange lieber auch nicht. Weil nachher spawnen die da ganz hinten wieder neu. Davon habe ich auch nichts. Oh, das geht doch nicht. Oh, das geht doch nicht. Super. Ich freue mich nicht. Na ja, komm erst mal. Ah, warum hast du nichts dabei? Oh Gott. Hier ist viel. Aber nichts, was ich so gebrauchen könnte, leider. Schade. So. Oh mein Gott. Stimmt ja. Ich weiß, ich überlege die ganze Zeit, wie volle mache ich den jetzt? Weil da muss ja Sprit rein später. Kann man das wegkippen? Boah, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube sogar, dass die Motorkontrolle hier wieder ausgeht, sobald ich aufgefüllt habe. Ich glaube, doch. Ich bin mir relativ sicher. Ich mache jetzt mal erst mal ein Viertel. Kann es natürlich auch ordentlich schief gehen mit dem ein Viertel. Dass das viel zu wenig ist, oder? Ich habe keine Ahnung. So lange jetzt hier keiner ist. Die sind halt super wichtig, weil ich möchte auch mal wieder in die Zone. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob ich hier weg muss. Nee. Gott sei Dank. Äh, doch. Oh, verfluchte Scheiße. Ja. Das ist doch hier. Jetzt stehe ich doch hier. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ach nee. Och nee. Jetzt keine Zombies wirklich nicht. Ach. Ich hoffe gerade, dass ich... Ich hoffe gerade, dass ich... hier auffüllen kann, aber nee. Wo kommt den ein? Die muss das mal ganz fix so weg. Okay. Kannst aufhören zu hauen. Tatsächlich... Ey, das kotzt mich so an, dass man das nicht sieht, ey. Also überhaupt nicht sieht. Oh nein. Das hat nicht gereicht. Da werden Sie kein Lister. Nein. Scheiße. Über die Hälfte? Über die Hälfte? Oh ja. Oh ja. Dann müsste es sogar vollkommen egal sein. Auf jeden Fall links. So weit es geht. Und dann rechts. Oder nee. Links, rechts, links. So. Böse Zone. Naja. Obwohl hat eigentlich gerade noch so... Es gut gemacht. Oh, verfügt. Glück. Ich wollte ja nicht so schnell fahren. Ach, warte mal. Quatsch. Jetzt haben wir doch ein Auto. Quatsch. Dann brauchen wir doch gar nicht mehr nach Hause fahren. Äh. Nee. Brauchen wir nicht da nicht mehr. Das ist ja jetzt gerade, was ich hier mache. Blödsinn. Okay. Darunter brauchen wir jetzt... Kacke. Okay. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt mächtig. Doof. Wir fahren jetzt trotzdem erstmal hoch. Die bleiben ja trotzdem, ne? Äh. Nach Tupolin muss ich. Da muss ich theoretisch... Da muss ich theoretisch... Bei der... 5000... 5, 6, 5, 8... Links. Okay. Versuchen wir das mal. Warte mal. Hier rechts war doch auch nochmal irgendwas von uns. Wo er ist. Haben wir... Oder wollt. Nee, doch. Doch, da müsste was sein. Moment. Jetzt ist aber noch ein Grunde. Ich glaube, da haben wir uns sogar schon Garagen, Zelt und so aufgebaut. Ja, ich sehe schon eins. Wenn die Mutterkontrolle wird, wird erst nochmal orange. Keine Sorge, euch lasse ich komplett in Ruhe. Ach, krass. Hier haben wir... Oh, ich habe jetzt schon einiges. Herrlich. Oh. Benzin? Nix. Scheiße. Ich hätte mich jetzt über Wasser sehr gefreut. Sehr. Aber na gut. Mal gucken, vielleicht haben wir hier noch... Alter Scheiße. Geil. Hier haben wir noch richtig schön viel Munition. Aber wahrscheinlich nicht die... Die ich brauche. Ah, warte mal. Hier unten muss ich... Fünf, fünf, sechs, vier, fünf. Na genau. Das ist sogar meine. Nice. Ich habe hier die Magazine. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, wir haben... Egal. Wusste ich nicht. Also... Cool. Stimmt, da haben wir glaube ich sogar schon mal ein Feuer gemacht. Okay. Oh, nice. Ist das cool. 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 Oh, ein bisschen mehr Munition könnte ich jetzt tatsächlich doch gebrauchen, weil... Die nehmen schon 30 auf. Das ist schon... Ordentlich. Oh, das freut mich. Schade, dass ich jetzt keine Munition mehr hier, diese ACP hier auf 45er habe. Aber ich muss ja hier noch mal ein bisschen rumgucken. ACP ist so eine gelbe Verpackung. Und die nicht. Nein. Was ist das denn? Jagdweste? Wow. Sagt mir jetzt gerade so auch nichts. Cool. Okay. Boah. Ich hatte kurz das Tier gerade her. Ich habe gerade sch-sch-sch-sch-sch gemacht. Okay. Hier haben wir auch sehr viel Essen. Was ich auch schon mal ziemlich cool finde. Leider kein Fass mit Wasser. Ist auch leer. Schade. Hier war auch keins. Okay. Wasser. Ähm. Ich bin hier natürlich... Doch hier sind wir jetzt. Ne. Hier gibt es natürlich kein Wasser. Können wir hier noch mal ganz kurz so ein bisschen durchgucken. Hier dran habe ich auch überhaupt nicht mehr gedacht, dass das hier auch noch gibt's. Nur eine Cargohose. Hier, ja. Genau. Hier haben wir irgendwo mal ein Feuer gemacht. Ah, ne. Ich glaube, die... Die spawnen ja irgendwann. Weiß ich. Irgendwo hier. Ja, die spawnen, glaube ich. Okay. Schade. Ich glaube nicht, dass wir hier drinnen auch noch mal Zelte haben. Du bist beschädigt. Ne, ich habe hier noch ganz komische Waffe, sage ich mal. Oh. Oh. Schade. Fleischabend. Komm, paar hier mal mit rein. Fleischabend. Das sagt mir wohl nichts. Krass. Okay. Ja, in der Stadt ist leider jetzt die Bombe gefallen. Ich muss jetzt tatsächlich mal überlegen, was ich mache. Weil ich wirklich jetzt hier hochfahre und diese extremen Tiersachen hier mache. Diese hier, die ganzen. Weil die Rafters nicht so ganz. Was sind hier für Gebiete? Vor allem hier in diesen Gebieten zu bleiben. Warum ist das hier nicht auch? Ja, weiß ich nicht. Ich muss jetzt noch mal richtig überlegen, ob das wirklich so viel Sinn macht. Und... Und... Ja. Der Profil hat so schon. Abnimm mich gibt es doch noch. Schreibt den Kommentar, wie es dir gefallen hat. Tschüss. 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 Vielen Dank.